Aktuelle Funke-Runden nach Bundesländern sortiert, stelle ich euch nun vor. In Baden-Württemberg trifft sich auf Kanal 15 Baden-Südpfalz. Bergalingen-Süd-Schwarzwald trifft sich jeden Mittwoch auf dem Kanal 25. Eine nette PMR-Runde trifft sich in Bretten auf dem Kanal 16. Ettlingen auf dem Kanal 5. Zwei Gateways befinden sich auch in Baden-Württemberg. Eines bei Friesenheim auf dem Kanal 39 und eines in Heilbronn auf dem Kanal 11. Mannheim trifft sich zur Funke-Runde auf dem Kanal 36. Oberkollbach, Bad Kalf trifft sich auf dem Kanal 14. Eine nette Funker-Runde findest du in Augersheim auf dem Kanal 29. Und auf dem Kanal 2 treffen sich liebe Funker-Freunde in St. Leon bei Walldorf. Ab 17 Uhr treffen sich im Taubertal auf dem Kanal 37 Nette Funker. Und die letzte uns bekannt gegebene Funker-Runde findest du in Waldbronn. Eine nette PMR-Runde auf dem Kanal 15. Ich wünsche allen Funkern in Baden-Württemberg guten Empfang. Und dann geht's mit dem Kanal 16. Untertitelung des ZDF, 2020